Wieso hab ich da einfacher? No, Mensch, ich drück schon wieder die falsche Taste! Entdeckung, Mensch! Zack. So, cool. Ah. Wow, wow, wow. Ich zu weit von dir weg bin. Wow, wow, wow. Hä? Hältst du dir? Ja, super. Danke, dass ich es mal merke. Das ist ja sehr freundlich von euch. Kommt, hier wirst du. Die hat aber nicht lange. Hey, Gott, noch mal. Boah, jetzt geht's dir genau raus, wenn ich wirst du. Nun stirb. Danke. So. Alter, das gibt es doch nicht. Wo bist du? Ach, du liegst grad schon wieder. Alter. Ja. Ne, das... Das, das geht nicht. Ach, du liegst schon wieder so schnell? Ich hab versucht erstmal die Leute umzubringen schnell, die um mich herumstanden. Ähm, weißt du, wenn die da noch die ganze Zeit auf mich schießen, dann geht meine Energie da auch ein bisschen schneller runter. Ach so. Ja. Versuch mal, wie gesagt, nicht zu denen zu rutschen, sondern weg zu rutschen. Ja, du weißt ja, wenn die von allen möglichen Seiten rauskommen, egal wo die Löcher sind, dann kannst du dagegen nichts machen. Naja, gut, ich versuche öfters jetzt in deiner Nähe zu sein. Ich höre mal, das sehen man schnell. Ja. Äh, Zeit, so. Wo bist du? Da unten schon? Komm schon, jetzt. Du! Alter! Ich kann damit nicht lenken! Was soll das? Mit was? Mit dieser scheiß MP! Bin ja sonst immer so gut mit klargekommen und jetzt... Alter! Leute! Schnell! Siehst du schon wieder auf Bohnen? Ja! Okay. Ich komm hier, zack, und... So, jetzt hast du mal einen Klick geklappt. Egal, wo ich hingehe, ich will... Nein! Ich werde überall abgeknallt. So, jetzt hast du mal einen Klick geklappt. Ich werde überall abgeknallt. Alter. Klanger Spaß, du hörst du damit mal auf? Ja, super. Rein ruhig, rein ruhig. Mit einem Mega-Leck. Ja. Ja, wird das noch was? Hallo? Ja, dankeschön. Wunderbar. Ich habe echt keinen Bock mehr auf das Spiel. Das Projekt wird gleich abgebrochen. Jetzt bist du wieder... Hört mal kurz, ich beeime mich, beeime mich, beeime mich, beeime mich, beeime mich, beeime mich. Hört mal kurz, ich beeime mich, beeime mich, beeime mich, beeime mich, beeime mich, beeime mich, beeime mich. Und... Alten, alten, alten. Wow, 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 wow. Okay, ich steh auf. Du mal Pisser, verpiss dich! Reich, und nochmal Rüstung. Ah, verdammt, ich werde einen gelaufen von anderen. Ja, hier, ne, 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 ne. Ja, super, jetzt habe ich keine Muni mehr. Ist er erledigt? Und wir wollen sich zweiter Video machen. Ja, toll, und ich auch! Oh man, okay, ich versuche zufrieden zu dir zu rennen. Ich bin hier oben! Ja, kleinen Moment. Ah, so. Oh Gott! Was ist das für ne Waffe? Ach hier, diese komische Dings wieder. Hier, komm, die nehme ich mal mit. Oh, da draußen steht was Nettes, was uns interessieren könnte. Ja, kleinen Moment. Und die haben ja auch noch Waffen. Krank, krank, krank. Hast du da rein schon? Ne, da ist ein Kraftfeld davor. Oben ist ein Rechner, vielleicht bringt der dir was. Was siehst du, hier in dem Raum war ich jetzt noch gar nicht. Muss mal gucken, wie ich den Körper wieder loswerde. Ah, Steuerung. Okay. So. Ähm, halte E. Okay. Hier ist nix mehr. Was ist das denn? Warte mal, was habe ich jetzt hier für... Ach ne, die Waffe ist scheiße. Nehmen wir lieber die. So. Und jetzt geht die Luzi ab hier. Wenn ich da einsteigen kann. Ach hier. Ja. Navigation und Weaponsystems online. So. Du, du musst denk ich mal die Brücke entlang da links. Zerstimm mal die Fahrzeuge da. Und ich kann auch links lang laufen. Interessant. Du hast nicht Raketen? Ähm, ja. Ich gucke gerade, wie ich sie einsetzen kann. Moment. Beziehungsweise hier zusammentreten. Warte mal. Ach guck mal hier, das daneben ist kaputt, oder? Oder kommst du hier lang, wo ich bin? Ach ja. Geht schon. Ja, aber wie ich jetzt die Raketen einsetzen kann? Keine Ahnung. Ich wär's nicht. Weißt du, da hinten war ein Badger stationiert? Die schießen schon wieder auf. Haha. Geht mir nicht auf die Klöten. Und ich helfe dir mal. Nur wenn ich den Körper hab geht das. Ich glaub mir das. Wie ich es richtig mache. Paketenwerfer Wo geht denn es weiter? Weiß nicht Hier hinten? Wahrscheinlich hier lang Dupdidupdidu Jaja Interessant Mein Körper vergeht auch nicht in der Zeit wenn ich das den Roboter habe Das doch gut Ich glaube gegen solche Viecher müssen wir auch noch mal kämpfen Bestimmt Haben wir doch schon mal gesagt Und wie kann man Raketen werfen? Ich weiß nicht mit rechter Maustaste kannst du anwesieren Scheiße Mit Mittlerer kannst du schlagen Q Nein Shift Nein Also da steht jetzt gerade Lock Ist doch irgendwie was Wann mal äh Die Steuerungtaste kannst du glaube ich eine Art Schild machen Äh HALT! Was mach ich denn? Oh Gott! Ja Nur wie ich jetzt die Raketen schmeiße da weiß ich immer noch nicht Wie gesagt mit Steuerungsfesten hast du hier so ein Schild Ja das weiß ich jetzt auch schon Wie gesagt der Rest ist ähm Ist noch ein bisschen unbekannt Oh Mutti halt die Schnauze ey! Ich höre dich gar nicht schießen obwohl ich dich schießen sehe What the fuck? Der so kleiner als wir Äh ja und ich kann nicht mehr schießen Hallo? Boom! Ja Ach hier weil er überhitzt Haha Ha 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 Ja Weiß ich bin jetzt Okay einer ist zerstör Was? Was denn? Irgendwas war hier gerade nicht so in Ordnung So Moment jetzt die 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 das ist das kaputt ist ja jetzt kann wir einsteigen so ach jetzt ist 100 prozentig in ordnung das ist ja die generäse noch zeit und lehrt hast du müssten so zu einer steuerung mit die dinge habe ich glaube wir haben mir gerade mal eine kurze ruhephase oder ich gucke mal ganz kurz nach optionen steuerungseinstellungen tastaturbelegung müsste fahrzeuge sein oder so fahrzeug kanonen abfeuern maus 1 das machen wir ja so sekundäre waffe abfeuern g oder maus 4 ok g nahkampf maus 3 g ist wie granaten die füllen sie auch nach einer zeit auf die Raketen schießen mal zwei und du kannst bis zu dreimal schießen nur noch mit dem neustreduk ok abklappt es bei dir er geht drücken Ok. Dunk. Oh, ich hab die gerade mal hier drin übernommen. Puh. Wie war das mit Spatzen und so? Ja, du solltest mal vielleicht aufpassen. Was denn? Ja, guck. Bums. Ja, Gott, geh doch kaputt. Ja. Ich glaub in der Zwischenzeit, wo du das Schild aktiviert hast, kannst du nicht Raketen schießen. Ich glaube, wir müssen die Dinger gleich hier stehen. Wenn du das brennt, sowas wollen. Hä? Du machst das. Du kannst schon mal schießen, sieht sie schon wieder. Ah. Oh, oh. Ähm. Geh. Ein Panzer oder was ist das? Lauf mal ein bisschen vor, damit ich auch noch dieses Schild habe. Und stirb. Hallo. So, der ist kaputt. Oh, oh. I walking on the street. I walking. Ne, sie hat sich stehen. Sie geht nicht. Okay. And my mom cries in the heaven. Äh, lass mich am besten mal vor. Weil ich sehe jedes Mal hier deinem Rücken. Wie gehe ich genauso? ja aber ich nehme auf ein hübscher rücken können auch ein stück da ich denke nur ich nehme auf du wurdest gelockt du musst warten bis dein loch ist und dann so kreis erscheint ja warum klappt das nicht er ist kaputt gar nicht mehr da kommt ein kraten Flugzeug an doch und schiebt ja das ist schön das interessiert mich gar nicht ja doch ist ich bin fast kaputt das weh sollte dich interessieren das gerade die steuerung noch mal kompuliert oder was ich war ja fast kaputt hat er wie viel hält der aus nichts mehr aber wurde mich auch dass ein hubschrauber so viel auslädt passt auch schon gelb und hat es eine zahl gehabt ähm ja an die haben menschen auch wenn die uns und sicher den Weg stellen warum machen die denn das euch haben ausstieg Warnsehen wow von oben schießen sie grad mit Traketen ach da so ich glaube hier muss ich jetzt erst mal aussteigen ja die Brücke muss ganz gemacht werden Moment ich mach das mal eben ich stelle macht die Intention lass das lieber du kommst du schon an kommst du auch da durch an ja da geht's dann oh ich sehe grad da drin sind welche wow da wurden welche gespawnt f*** dich wie hier nicht durchkomme ich bin fast tot ich komm raus nee das geht schon jump 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 ach hier ist mal wieder diese schöne Waffe ähm ich nehme jetzt mal wieder die ok die hat 14 Schuss ok ich muss erst mal wieder ins Fahrzeug sonst verliere ich den Körper naja in der Zeit kann ich ja ein bisschen Munition aufsammeln ja ich warte ab bis das die Brücke runterlässt jo wie gesagt dauert einen ganz kleinen Moment jedenfalls oben welche spawnen ich halt den Rücken frei da ist kommen welche hoch da sind welche aha hallo es wäre mal sehr freundlich wenn ihr mich mal in Ruhe lasst also es soll keiner mehr da doch jetzt erst noch eine da ich hab gelb gesehen ich kann aber nicht auf die Cheech wenn du mich auch einmal schlägst und christian aus dem Maul wie die auf einmal spawnen so aus dem nichts entspringen sie boah jetzt mal hier weiter Munition ich habe jetzt gerade mal 72 ne 77 Schuss mit der also viel ist es nicht ich weiß ja auch noch hier hat er ja trotzdem ich will ein bisschen was auf Vorrat haben so und ich werde mir jetzt den neuen da drüben nehmen aussichten hier ok dass die Brücke runterlässt und ja die müsste unten sein ok herrgott geht doch aus da meine Güte so klar Moment ich will es nochmal eben des Dingens ich komme nicht über die Schranke verdammt du wirst mir doch jetzt nicht erzählen dass wir hier ohne das Ding weiter laufen müssen wow was denn Tram Einbruch ach so hier Schrank ist doch kaputt ja hier habe ich gerade noch mal kaputt gestampft ok ok herrgott auch 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 es kommt noch ja guck was das werden wir es sind aktiv wenn ich auf die Schieße auch abschalten bevor kritisch ok ich gehe einfach mal vor ihm Moment los lass mich wieder rein komm 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 ich will da wieder rein hallo so Alter du musst jetzt seine Rüstung operativ oh gott oh gott oh gott so wo ist der Spacko komm 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 ich verlasse sonst den Körper wow warst du schon? so ach hier oben da steht noch einer da war auch gerade so im Turm ich weiß nicht ob du da noch mal rein willst hier äh ja kleinen Moment da oben ist auf jeden Fall einer ich gehe noch mal eben gucken das wäre ja mal schön wenn ich dieses mal der Lieblingssohn werde ach wieso ja weil äh die letzten Level bist du immer das Dings geworden und jetzt so langsam würde ich da auch gerne mal so eine kleine Errungenschaft kriegen what the fuck der ist tot darum die habe ich erschossen ich möchte jetzt aber gerne mal wissen was das für ne Waffe ist stimmt Raketenwerfer geil ist ein Raketenwerfer ja hat der andere nämlich auch gehabt da vorher noch wie da kannst du nur vier Dinger von dir mitnehmen? was? verarsch mich nicht hier nehme ich hier andere Waffe mit auch hundertprozentig wir würden doch nicht verarschen hier und ist hier oben noch ein Seelenband? ist hier oben noch ein Seelenband? hier ist hier ist ist hier Seelenband? natürlich nicht frage mich nicht wie weiter da gehen sollen frage ich mich so ähm ja wartest du mal bitte auf mich ne ich werde bloß den Weg freimachen ich bin wie deine Versicherung ich mache den Weg frei ja aber bedenke dass ich aufnehme jetzt hä? hey was hast du jetzt gemacht? ich bin bloß dort hingelaufen wo ich das zerstört hatte was doch für ne Scheiße das ist ja dasselbe wie ich ja guck mal wegen dir ist jetzt die Brücke kaputt ja toll ich bin bloß ich bin bloß runtergefallen fiktischer Zustand der mechanischen Systeme die Leistung bricht ein die Systeme schalten sich ab was geht für die Scheiße? oh und Tag? der wollte bestimmt knutschen hast du es eigentlich gesehen? du bist ins Wasser gefallen ja ich auch ja ich sehe deine Sicht wenn dies Teil deines Plans ist würde ich sagen es läuft glänzend ja das war unglaublich ja hey du wurdest HA! diesmal bin ich's HA! ja das ist herrlich ich weiß aber nicht ähm ja gut es war aber knapp hehehe ich hatte jetzt ja zweimal Taktik du hattest einmal Begabung mhm und ich gehs und ich geh´t